Es ist ein Wiedersehen mit einer Stadt, an die sie sehr gute Erinnerungen besitzen. Wenn man die DBB-Herren auf Tel Aviv anspricht, fangen die Augen an zu leuchten. Noch zu präsent sind die Erinnerungen an die Eurobasket 2017 in der israelischen Metropole. Für mich persönlich war das eine tolle Erfahrung damals hier in Tel Aviv. Als wir jetzt hier auch in der damaligen Trainingsarena, jetzt hier in Harpol in der Trainingshalle sind, kamen gute Erinnerungen hoch. Mit Henrik haben wir darüber auch noch kurz geredet. Ich freue mich hier zu sein. Tolle Stadt. Es wird, denke ich, eine sehr, sehr gute Atmosphäre morgen. Und wie ich auch meinte, ich freue mich aufs Spiel. Doch auch wenn die Stimmung im Team gut ist und der DBB-Trost die Zeit unter Palmen sicherlich genießen wird, ist das Team von Henrik Rödel nicht als Touristengruppe angereist. Der Fokus liegt bereits voll auf einem erfolgreichen vorletzten WM-Qualifikationsspiel. Dementsprechend wenig Zeit bleibt auch, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Nach der Ankunft im Teamhotel weit nach Mitternacht stand bereits am nächsten Vormittag das Abschlusstraining an. Henrik Rödel und sein Trainerteam nutzten die Gelegenheit, um ihrer Mannschaft die letzten taktischen Anweisungen mit auf den Weg zu geben. Dabei half natürlich auch die Analyse des Last-Minute-Siegs aus dem Hinspiel in Leipzig. Ja, natürlich guckt man sich in der Analyse dieses Spiel an. In der Endphase natürlich ein Spiel, das man so nie wieder erleben wird. Und auch ein ganz besonderes Spiel, ein ganz besonderer Sieg für uns auch. Damals mit dem Sieg natürlich auch unsere Qualifikation festgelegt haben. Also für uns ein ganz, ganz besonderer Moment. Aber jetzt auch wieder anderer Kader. Natürlich guckt man sich Sachen an, man ist vielleicht ein bisschen besser vorbereitet, weil man auch etwas mehr Zeit hatte. Von daher ist es eigentlich eine ganz neue oder andere Situation, wo man hoffentlich aus dem ersten Spiel einige Sachen mitgenommen hat und dann auch gelernt hat. Auch wenn Israel derzeit mit vier Siegen und sechs Niederlagen nur auf Platz fünf steht, erwartet die DBB-Herren ein alles andere als leichtes Spiel. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Pick'n'Roll spielt, die sehr schnell spielt. Also das sind so zwei Sachen, in denen wir ganz gut sein müssen. Wir müssen schnell zurücklaufen und wir müssen in diesen Pick'n'Roll-Situationen gut verteidigen. Und vor allem ist das eine Mannschaft, die sehr, sehr gut werfen kann. Und da müssen wir nah dran sein und denen keine freien Würfe geben. Bleibt zu hoffen, dass dieser Besuch in Tel Aviv den Adlerträgern ähnlich gut in Erinnerung bleibt wie der letzte.